Das ist wirklich sehr, sehr geil, Kappa. Ich würde sagen, einmal hier einfach so. Zack, ich lasse ganz schön ranheben und schlüpfen einfach. So, jetzt haben wir immer noch irgendwie keine Auskunft darüber, warum er das spielt. Und wir haben auch kein Tatmotiv. Also irgendwie ist der Gegner... Der ist wirklich... Es ist sehr wohnlos. Es ist der absolut... Was zockt der für eine Scheiße? Ich frage mich auch... Okay, er zählt... Warte! Gieß dran! Was machst du, der Taiger? Voll 100 auf 0 in 1,87 Sekunden. Was ist da passiert? Oh Gott, Taiger, du warst zu gut dabei und auf einmal verkackst du. Das gibt ein Dreimal-Nein. Du bist irgendwie inconsistent. Taiger, was ist denn da los? Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott!